Hallo und herzlich willkommen hier bei Call of Duty E2. Wir starten mal. Dürzen. Da hab ich keinen Bock drauf. Äh, ja. Also im Moment nichts. Verdammt kalt. Klar, draußen. Scheiße. Aber naja. Demolierung. Stalingrad ODSSR. 2. Dezember 1942. Drei Blocks nördlich von Sol... Entfernt. Ey, guck mal, ne Frau. Wie heißt die denn? Was? Das Natanjah? Natjana? Malekhofer. Malekhofer. Okay. Was hat der für scheiß Waffe? Ist doch voll die Homo-Wixe, ey. Nee, deutsche Truppel. Oh, die Leute! Wir machen euch fertig! Oh, oh! Gut so, weh! Ach komm, hier, schön Granat mal rein, wixst dein Loch. Ah, schneller! Wäre eigentlich nur noch Waffe bei mir? Wow! Oh, oh! Fuck! Boah, fick dich! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Boah! Alter, voll in die... Was, 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 was? Raus hier! Bleib mal hier! Ah, jetzt geht's weiter! Oh, fick dich! Muss ich jetzt hier lang? Ich glaub schon! Weh für das Fernglas! Was? Was soll der Wichs denn, ey? Wo muss ich denn überhaupt lang? Hä? Brab ich jetzt grad nicht... Ich muss doch hier durch! Ah, da muss ich lang! Ich wollte schon grad, ich denke... Schnauze! Wurde auch langsam Zeit, dass ihr aufschaut... Schnauze! Oh, da ist einer... ...verletzt! Ich könnte... Ich könnte... Jo! Oh! Wow! 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 Scheiße! Aber so richtig scheiße! So, jetzt komm, weiter! Mal, lass den doch liegen, ey, der kann... Oh! Ist egal! Macht euch bereit, Genossen! Wir sind zu wenige! Wir können nicht hierbleiben! Sie werden uns überlebt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wir halten diese Position bis Hilfe eintritt! Die erste Hilfestation auf der Sollig-Neier-Straße! Zählt auf unsere Hilfe! So! So, jetzt mal ein bisschen... ...snipen! Weil... Gut, ich will jetzt nicht so viel versagen! Gleich, äh... Ne, ist doch scheiße! Kameraden! Wo sind Kameraden? Die Sowjetunion und unser ruhmreiches Unterland! Macht euch bereit! Mutterland! Oh, denn! Ich seh's ja nicht! Ah! Da ist einer! Scheiße! Boah, das ist doch voll fix, ey! Einfach jetzt! Boah, das liegt ja voll auf die Hüsse! Ah! Schau aber mal! Weiglinge gibt es hier nicht! Boah! Boah! Komm, mach den doch tot, ey! Ich lauf gleich durch! So, das waren alle! Das wussten eigentlich alle gewesen sein! Los! Führmütterchen rostern! Gucken wir mal ein Maschinengewehr! Nah, da kannst du dran sehen! weh! and drink! And drink! 同 dr Theater! durchbag... When du mit dem Kämpfen fertig bist, schickst du mehr nach Sibirien! Ha 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 habiliren! Wenn du mit dem Kämpfen fertig bist, schick will ich nach Sibirien. Ach, süßer! Süßer, süßer, süßer Das gleiche MG Ja, ja, ja So, mach schnell mal eine Granade da rein In das Loch Scheiße Mit 37 Patronen noch Das heißt, 37 Da könnte ich jetzt noch ein bisschen Ärger machen hier Boah, oder auch nicht Ich verschwinde mal lieber Boah, ist da viele Deutsche drin Ich glaube, so eine Hauptzentrale oder sowas Alter Vater Oder? Jetzt müsste ich so eine Polizeizentrale Irgendwas, nie was geiles ist das So Jetzt muss ich irgendwas machen Äh, wo ist er? Da oben Gut, hink ich mal da oben Verdammte Deutsche Sie kamen sich auf den oberen Etagen Verbrechen an dir Sollen wir sie nicht bitten aufzugeben Ich trage sie, wenn ich sie in die Luft gejagt habe Mua, ha, ha Hä Muss ich jetzt auch hier sprengen? Na oben Deutsch Da oben sind welche Er braucht Hilfe, er wurde getroffen Er braucht Hilfe, er wurde getroffen Was muss ich denn machen? Hä? Das glaube ich nicht Ah Bringen Sie diese Ladungen bei den Hauptpfeiler Okay Da eine Äh, da hinten Ne, da ist schon angebracht Ah, wo sind denn noch welche? Da So, und dann Da noch eine Ah, okay So Los weg hier Schnell weg Ah, das wird geil Viel Spaß dabei Bei dem, äh, bei der Explosion Ich leg mich mal auch mal hin Das sieht geil aus Der Rauch Ich sagte zu der Zeit, wo der Koloschutit 2 rauskam Ich war da so drin verliebt In den Rauch Sieht einfach so schön aus, ey Man möchte da rein Oh, man möchte den Inhalieren Ah, die britische Kampagne wurde Wurde in Missionshausen Wurde freigeschaltet Okay Dankeschön So, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal bei Call of Duty 2 Mit mir, Ingo Viva Und dann würde ich sagen Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss